Ciao, es ist bei der Supersonic Sound und wir broadcasten hier gerade live aus Italien im schönen Bergamo und ich wollte euch nur alle einladen, Ostersonntag in Augsburg, Iry Rhythm feiert sieben Jahre Geburtstag in der Mahagoni Bar und wir Supersonic sind auch da und ich glaube ehrlich, es wird ganz schön crazy, also make it a date, don't be late, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020